Unter uns, Vorschau, Folge 6715 am Montag 11. Oktober 2021 Fliegt Benedikts Steuerbetrug auf, Isi und Ringo überlassen Julius eine wichtige Entscheidung. Benedikt fürchtet, dass sein Steuerbetrug doch nicht sicher ist. Als sein Magen unter dem Stress rebelliert, sieht die ahnungslose Ute nur einen Ausweg. Als Roberts Warnung vor dem Eindringling Wellen schlägt, sieht Theo sich gezwungen, die Wahrheit zu sagen, und erlebt eine Überraschung. Weil Isi und Ringo sich wegen des Nachnamens nicht einig werden, spielen sie den Ball weiter, ihr zukünftiger Adoptivsohn Julius soll die Entscheidung treffen.